Danke, danke, danke. Ich spiele ein Lied. Das habt ihr euch jetzt schon gedacht. Ich habe einen Backgroundchor dabei. Eigentlich, aber er konnte sich drei Seiten nicht leisten. Jedenfalls muss ich den selber machen. Ihr werdet es merken, ich sing dann immer höher. Es ist für das Lied total wichtig, dass es einen Backgroundchor gibt. Das Lied heißt, das Lied von der Verweigerung. Läufst du die ganze Zeit um mich rum? Wir kennen uns schon so lange und ich finde dich immer noch heiß, heiß, heiß. Aber unsere Gespräche drehen sich leider im Kreis, drehen sich leider im Kreis. Das hast du mich schon so oft gefragt. Und immer mit diesem Gesicht, mit diesem Gesicht. Und ich hab so oft Nein gesagt, erinnerst du dich nicht? Dein zwanghaftes Beharren wird für mich zur Qual, Qual, Qual. Sei mir nicht böse, aber ein für allemal. Nein, ich habe keine Kundenkarte und ich will auch keine haben. Ich hab so satt den ganzen Rabatt. Auch auf Herzen und Sterne verzichte ich gerne. Ich brech meine Treue jeden Tag aufs Neue. Und ich weiß, das war alles nicht deine Idee. Aber leite mein Hass einfach weiter, okay. Ihr sagt doch immer, meine Meinung sei euch wichtig. Hier ist meine Meinung, ihr tickt doch nicht richtig. Ich lauf nämlich amok, völlig frustriert, wenn mir ein Konzern mehr zum Geburtstag gratuliert. Ich will echt nix gratis, weil wisst ihr, was ich denke? Ihr erwerbt mich durch eure Werbegeschenke. Ich will nur zwei Brötchen und es ist mir einerlei, dass ich auch drei haben könnte zum Preis für zwei. Nein, ich habe keine Kundenkarte und ich will auch keine haben. Ich hab so satt den ganzen Rabatt. Und ihr werdet's nicht glauben, hier kommt der Clou. Ich brauch zu den Brötchen auch kein Mietwagen dazu. Ich brauch auch keine Kataloge, groß und breit. Wenn ich was brauch, sag ich schon Bescheid. Er sagt dann Bescheid. Auch euer Gewinnspiel interessiert mich nicht, weil ihr gewinnt und verlieren tu ich. Denn ich weiß, was ihr seid. Ihr seid Piraten. Ihr entert mein Leben und klaut meine Daten. Jeder Scheißladen hat von mir ein Profil. Alle rechnen mich aus, heraus kommt zu viel. Ich steh an der Kasse zu nem einzigen Zweck. I just want to pay. I don't want payback. Nein, ich habe keine Kundenkarte und ich will auch keine haben. Ich hab so satt den ganzen Rabatt. Ich brauch auch echt nicht von jedem Geschäft ein beschissenes Stempelheft. Also lasst mich in Ruhe, fickt euch ins Knie. Ihr seid überhaupt nicht meine Family. Fickt euch ins Knie. Und wenn ich eins sterbe, wenn ich weiß es ist aus. Todkrank in dem privaten Krankenhaus. Wenn da kein Arzt ist und auch kein Pater. Nur der Customer Service Berater. Dann werde ich noch mit letztem Atem stammeln. Nein, danke, ich will keine Punkte sammeln. Erst wenn der letzte Mensch entlassen. Weil dem Chef seine Hobbys nicht passen. Wenn das Bewerbungsgespräch in der Freizeit beginnt. Wenn nur noch Gesunde versichert sind. Wenn man weiß wo wir sind. Weil man weiß wo wir waren. Wenn Google entscheidet wohin wir fahren. Wenn wir als nicht kreditwürdig gelten. Weil wir die falschen Bücher bestellten. Werden wir lernen irgendwo, irgendwann. Dass man treue Herzen nicht essen kann. Vielen Dank. Mark-Uwe Kling. Mark-Uwe Kling meine Damen und Herren.